Ja, wir waren bei G20 und haben gedacht, was können wir beide denn mit unseren ganz, ganz leisen Stimmen und dem kleinen Akkordeon, bloß bei diesem Lärm, mit den vielen Polizeihubschraubern und überhaupt mit dem Krach, was können wir denn anfangen, wo ist unsere Form des Protestes? Und dann ist uns jetzt das folgende Lied eingefallen und wir sind direkt vor die Bullen gegangen, die stehen bleiben mussten, weil sie den Befehl hatten, da stehen zu bleiben und die mussten uns zuhören. Das war besonders lustig in Hamburg, weil wir ja gejodelt haben. Und um das jetzt mal nachzustellen, weil wir können euch ja nicht diese Botschaft geben. Deswegen brauchen wir diese beiden Herren da. Genau, die singen wir jetzt an. Ja. Wenn du die Uniform ausziehst, du schöner Bullis ist drei. Dann merkst du, wie viel schöner ein Leben in Nacktheit ist drei. Komm auf unsere Seite, du schöner Polizist drei. Dann werden wir dir zeigen, wie schön die Liebe in Nacktheit ist drei. Dann werden wir dir zeigen, wie schön die Liebe in Nacktheit ist drei. Ja. 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 Denn du musst nicht Bulle sein. Yololodi, Yololauri, du musst nicht Bulle sein. Yololodi, Yololauri, du musst nicht Bulle sein. Yololodi, Yololauri, Es gibt so viele schöne Berufe, die man machen kann, ob Erzieher, Tischlerin, Ärztin oder Zimmermann. Oder was mit Medien? Du musst nicht Bulle sein. Yololodi, Yololauri, du musst nicht Bulle sein. Yololodi, Yololauri, du musst nicht Bulle sein. Yololauri, 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 Yololauri. Augen auf bei der Berufswahl! Yololauri!